Meine Freunde, willkommen zurück zu GDR Online mit vielen Spielern, die ich jetzt nicht alle aufzähle, weil ich sie vergesse, aber wir haben von Traktoren. Hallo. Boah, die Hupen. Ey, wie ist der Charakter perfekt? Hey, ich hab den Boost nicht mitgenommen. Oh, dieser Boost. Ey, Neos. Wir müssen keinem vorbeikommen. Hier, mit dem Markstab-Markure. Nein, fahr doch nicht rückwärts. Wer ist denn der Runde? Rückenroter. Oh, schön. Jetzt geht's ab mit Windschatten. Wir haben Windschatten hier. Die große Träger-Rallye heute. Du kriegst keinen Windschatten bei den Dinger. Was? Was? Wer ruft da so? Wer ruft da so? Hier gibt's nix zu rufen. Keiner Bain. Lecker. Sag's hier vorne weg, der durch den Akronatenwirtschaftssimulator. Ja, Renni kennt das schon. Ja, ich sag's hier nach. Ich hab's schon gesagt. Uns werden wirklich Leute eliminiert. Eintipps vom Fistig. Nein, ist ausgestanden. Okay. Wär zu bitter. Ja, rein mal rüber. Hier. Oh Gott. Wir müssen noch liegen. Oh Gott. Du hast das Schild mitgenommen. Ja, ich weiß. Was hängt hier da vorne? Oh, hier ist der Käpt. Ja, liegen wir. Dann kommt doch auch was. Ja, liegen wir. Danke. Wer war denn Oroi? Oroi. 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 Mach keinen Hacknack hier. Wir haben das auch wieder gefahren. Oroi. Oroi. Die Stürmer. Schön Blinker setzen und nach rechts. Oroi. Wo kommt denn her? Oroi. Ich fahr einfach über den Porsche. Alle in den Sachsen. Ja, ja. Iterbs. Jetzt hab ich ein Problem. Jetzt hab ich ein Problem. Eber Holmann über. Über und über. Über und über. Nein, dass der andere mich kaputt geht. Das ist immer ein Problem. Ja, so ein Becher. Jetzt kommt von links. So ein Becher war auch heute. Links. Links, links. Mach ich doch, mach ich doch. Alle in einer Reihe. Unfaschbar. Wenigstens einmal noch mal nach vorne. Ich hab mich angekleidet. Ich hab mich angekleidet. Wer schiebt mich die ganze Zeit? Wo oben da, Alex. Ich bin hier ein Sachse. Da guck ich mich aus. Dann ist der Controller aus. Glocke. Boost me, Julie. Mit einer Hand. Ich versuch's, aber du bist zu schwer. Ich hab mehr PS. Oh Gott. Oh. Das ist das Auto da. Die haben wir verloren. Entschuldigung, wir haben Flocke verloren, glaube ich. Was, wo ist Flocke? Wartet auf mich. Ich will nur nicht einfach fahren. Komm, schnell hoch. Hat das überhaupt irgendwie beschleunigt worden? Du holst uns schon ein. Wir machen eh genug Fehler. So wie der Weiße. Mit dem Ding fahren wir jetzt wirklich vier Runden lang. Ja, das ist halt die Rallye. Achso. Wir haben noch nicht mal die erste Runde. Oh Gott, Pay, komm. Rang erhöht, Leute. Vermittler. Wow. Als Rägerfahrer hast du die Kleider schon. Alter. Weißt du? Okay, ist das noch alles drin? Alter, wird da vorne... Das ist wirklich für alle langsam, ey. Die Sache ist, hier kannst du ja gar nicht so viel Scheiße machen, dass du ganz raus bist. Ja. Wir haben extra Fahrtungsheld angemacht, aber das kommt nicht. Das ist zu langsam, ja. Aber es sind doch alle dabei. Hauptsache dem bösen Fingerzeig. Oh, oh. Oh, oh. Ich muss hier irgendwie dazwischendurch. Alter. Alter. Das ist ein Auto. Das ist ein Puppet. Das ist ein Puppet. Ja, schieb mich. Schieb den Mann auf. Wer hat die Kurve nehmen müssen? Die sind ein Auto. Ein Auto. Ein Auto. Wer auch mal hier der Schwarze ist. Hey, runter zwei. Oh, unsere Bestleistung. Hey, auf einmal bin ich wieder gar nicht. Ja, warte, lass dir Platz. Scheiße. Das ist gut. Willst du mir den Kaffee links oder rechts? Brühe die Kurve, brühe die Kurve. Oh, Reddy. Nein, 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 nein. Hier ist ne tödliche Stelle. Hey, ihr bockt mich. Nicht schon wieder unten drehen, meine. WTF? Was ist Alex? Was ist los? Oh, wir sind am nächsten von allen. Schön, dass man im Liegen wieder sich aufstellen kann. Mann, warum dreht ihr mich denn immer? Das ist so viel. Geile ist, bei dem Auto gibt es nicht irgendwelche Verschleißspuren. Oder beim Truck. Nicht bei dem Auto. Ja, der ist stabil. Der ist gute Qualität. Wer ist denn da hinter mir noch? Oh nein! Nein, Alex! 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 Egal, ist egal. Nein, warum ist der Verkehr? Ich bin fest. Ich komme da nicht hin. Das ist der Scheiße. Das Fahrzeug. Oh! Alter, für Lockes. Hallo. Ich habe nichts gemacht. Du hast dem Typen eine Laterne zugepasst. Und der ist deswegen... Oh, Rentsch wieder drangekommen. Das tut mir leid. Kondran! Ja, du schimpfst doch in das Auto rein! Hey, wer fährt denn da links ab? Das ist Kondran. Der ist so schnell. Waro! Ich wurde weggetrennt. Nein, Waro hat mich weggerannt. Der ist einfach davon geflogen. Aber da sind wir ja dran. Guck mal. Gib mal Gummi davon, Mann! Wir müssen gleich selber lenkten! Oh Gott, Schigo kommt ran! Die machen sich gleich selber fällig. Guck mal, da kommt der Erste. Haben wir schon Runde 2? Ja, aber... Glocke, wir müssen weiter vordringen. Geht so! Wir müssen wieder runter 2. Beschleunigen. Oh, okay. Wir haben Profis auf der 3. Die waren wieder. Maru! Ja, ich bin reingedrängt jetzt. Was? Die? Was? Ich bin Schatten jetzt. Das sind ein paar harte Bänke. Ja! Das ist unsere Chance. Sie knallen her, irgendwie reiten ich da hin. Aber ich hab die Schatz gesonnen! Was sagt er? Nein! Wer ist das? Wer ist weiß? Wer ist weiß? Wer ist weiß? Dalu ist erster. Hol den Dalu. Ich hab die Schatz genutzt. Ich war mit dem besten Meister. Guckflocke. Wir haben's vorangeschafft. Wann sind wir da? So langsam. Wir sind in 3 Stunden da. Merk ab! Komm mal gut auf! Oh, der Abend. Und du darfst nicht aufs Klo. Oh nein! Geht er vor. Auf einmal kommt so ne Kerle. Warte mal. Der Typ geht in den MPC. Können wir einfach weiter. Okay, doch nicht. Er gefremst den Penner. Oh. Oh. Den Schatten ist müde auf. Der Mini wäre einfach so geil aus, ey. Oh Gott. Ich frem's lieber. Ich frem's lieber. Ich frem's lieber. Ich frem's lieber. Das Rennen wäre zu Fuß schneller, oder? Was? Wirklich. Das Rennen wäre zu Fuß schneller. Das Rennen wäre zu Fuß schneller. Nils, komm rum. Nils, komm rum. Ich geh rum. Oh. Kontrate! Hallo! Wenn du dich in einen Reifen verhängst, kann der andere nicht mehr lenken. In mir! Ja, komm Schiko! Go Maru! Schieb! Was? Oh, der weicht extra aus. Oh, Achtung! Oh nein! Oh! Maru! Oh! Ich wurde mal hinten gerammt. Oh, Pain! Ich sehe Platz. Ich sehe kein Faszis Auto. Hier ist ein Schlaglauf gewesen. Bremsen mit! Bremsen mit! Bremsen mit! Bremsen mit! Bremsen mit! Mach keinen Scheiß! Nein! Nicht in den Verkehr! Da will ich wieder... Aber Geld will ich holen! Du, die kommt nicht vorbei! Ja, ich weiß. Es ist ne Wann. Das stimmt, du ja! Also, wenn sie in den Kommentaren zu klären. Ist nix. Motorrad-Fahrrad-Town! Nicht sein Quitschern! Sack! Boah! Boah! Ich hab ihn mitgenommen! Nach rechts! Du bist nach rechts! Nimm mich mit! Nimm mich mit! Nimm mich mit! Mach links! Beide Traum! Motorrad-Fahrrad-Town! Äh! Warte, das ist... Oh Gott, das ist... Hey, zur Wunde! Ruhe! Der hat überlebt! Oh, locker! Oh, ich bin auch nochmal drüber! Der hat sich zurückgeportet! Tau, Tau, nein! Nicht die Kurve! Oh Gott! Der lebt noch! Ja! Die Kurve jetzt bitte nehmen! Ja, ja, ja! Wir sind drauf! Oh, oh, oh! Perfekt genug! Alles! 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 Ah! Rechts los! Innenlinie, Innenlinie, Innenlinie! Nicht los! Alter, der schiebt mich doch! Lass mich los! Okay, okay! Fahrverlade, Fahrverlade! Es wird eng! Es wird eng! Oh, oh! 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 Was machst du? Ich kann nichts machen, Mann! Wir haben gerade komplett die Position getauscht. Kann das sein? Ja! Ich bin mit Elfter gewesen. Nein! Nein! Ja, irgendeine ... Oh! 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 Oh, oh! Oh! Oh Gott! Da vorne haut eine ab, Leute! Oh, die da ist! Ich mach mal. Reißen wir jetzt alleine, Alex? Komm schnell! Wenn du mir hinten reinfällst, fällst du mir hin. Ich hübs nicht. Ich geh mal hin. Ich bin der Scheiße, Alter. Ich spiel doch nicht an. Wir müssen eh noch eine Runde machen. Noch eine Runde da haben. Sorry, Alex. Das war ein doofes Event. Es gibt ein geiles Roto-Finish, Leute. Items! Oh, jetzt ging's aber schnell. Okay, wie kommen wir da vorbei? Ich werde immer langsamer gefühlt. Zusammen sind wir ein Panzer. Ja, wie du es sagst. Wer ist denn der Schwarze hier? Man ist halt als erster Platz so langsam. Die Leute knallen einen so. Ja, das hat's gebracht. Das war gut. Es sind alle hier. Passt alle. Ich werde gedreht. Ich bin wieder da. Ja, yay. Oh. Aber man holt das echt schnell wieder ein. Deine Ausreden sind sehr toll. Ja, weil wir jetzt da vorne oben alle rausrahmen wieder. Nils fest voran. Nils. Ich bin so langsam. Nils. Ich bin so langsam. Nils. Wenn man erst ist, wie langsamer man ist. Oh. Oh nein. Oh nein, ich kann nicht über den Bordstein. Ich kann über den Bordstein scheißen. Nein. Das ist das geilste. Dass man ab und zu am Bordstein hängen bleibt mit dem. Ich kann so fahren auf die Kakao. Oh Gott. Na links. Na links. Das habe ich jetzt immer gar nicht mehr. Doch. Das wird ganz eng jetzt. Nein. Na links. Nein. Ich hab geparkt. Ich hab geparkt. Aber man kommt locker wieder ran. Kommt man gar nicht. Irgendwann ist es vorbei. Ich kommt voll wieder ran. Ich war gerade weit hinten. Hab die Controller eingeschickt. Und wieder da. Nicht rein sitzen. Ja. Du schummelst ja auch. Ich hab versucht rauszulenken. Weil die vorne müssten immer die Kurven viel größer nehmen wegen Platz. Ach du behindertes Kaststück. Was willst du denn mit deinem Kaststück? Ja und der erste ist hier. Hey. Du bist gar nicht so gemein zu mir. Ich kann noch nichts hören. Ich war gerade zum ersten Mal erst. Das will auch gar nicht gehen. Boah. Ich nehm gar nicht. Oh Gott. Oh Gott. Gegen links. Und links. Links. Ja. Nein. Wer ist das hier? Wer ist das? Nein. Wir haben zwei Teile zum Glück. Nein. Nein. Oh nein. Alex kommt wieder. Flocke. Was war's? Ach das wollen wir noch. Ja. Das ist doch das Schöne hier. Kannst doch einfach schön komplett quer durchfahren. Wer ist das jetzt in Marius? Ja. Müsste. Flocke. Was bist du denn gerade mit normalen Akkus? Ja. Oh Gott. Das Auto. Letzte Runde. Jetzt bin ich in der besten Leistung. Jetzt wird's spannend. Oh nein. Ich bin langsam. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Danke fürs Anschauen. War stärker. Kriegt mich nicht weg. Oh voll ey. Was echt? Flocke. Wir fahren einfach gerade aus. Ja Alex. Du kommst ja nicht durch. Nein. Was ist das für mich? Nein. Wo ist das? Das ist nicht gut. Fahr. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja. Die Runde ist so lang. Da ist doch alles zufrieden. Fahrt auf vor mir. Ja Brems. Dann kann ich auch lenken. Was ist das für mich? Egal. Wir sind genug heute. Los Flocke. Fahr, 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 fahr. Wir haben euch am Kreis. Oh. Der will ja nicht. Los Flocke. Wir kommen weg. Ach. Mach mal was. Ich komm nicht rum. Wir hatten ihr dahinten geschoben. Ja das war ich. Nein. Ey Flocke. Alex nicht. Ich würde auch nichts tun außer fahren. Ich würde nichts tun außer fahren. Verkeilen. 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 Ja du musst doch anhalten. Das kann ich nicht lenken. Dann musst du trotzdem anhalten. Nein hast du nicht. Ja und danach habe ich es gemacht. Das ist doch schön. Ich stehe gar nicht. Ich stehe gar nicht. Ich stehe gar nicht. Da vorne ist die Gruppe. Der kann die nicht reinfahren. Jawoll. Jetzt sind wir wieder da. Ich muss gar nicht erster werden. Aber ich würd's doch gerne. Nein. NPC. Was für eine liebe Bitch ey. Das ist super schnelles Rennen. Intens ist das. Natürlich ist das Intens. Ihr habt noch nie so viele Kurve wechselt. Jetzt stehen die. Ah. Das war doch ein Landflocke. Da vorne ist es. Führungsrate. Da du. Wir sind wieder da. Ein bisschen Platz machen. Es kann nicht so viel. Die Kurve ist ziemlich groß. Hinter mir kam der Punkt. Ein bisschen ausladen die Kurve. Dann geh ich schnell rum hier. Okay, okay, okay. Das ist gut. Alex. Hilf dir. Hilf dir. Hilf dir. Hilf dir. Oh nein. Lass das. Lass das. Lass das. Lass das. Oh dieser Scheiße. Lass das. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Tauter fährt auch so vorbei. Tauter was passiert? Tauter was passiert? Tauter out of nowhere bitte Bitch. Tauter out of nowhere. Dann out of nowhere. Nein. Ich hab mich gedreht. Oh nein. Lass gefahren. Oh nein. Los. 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 Ich will raus. Nein. Das war's. Ich werde da noch Platz gehalten. Ja. Controller out of nowhere. Komm schon Auto. Nein 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 nein. Ey Alex. Ich war's nicht mit Tatsache. Ich ging fest. Verkeilt war das. Oh nein 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 nein. Das war's für mich. Ich bin der erste. Ich kann einfach nicht machen. Diese Reihe da vorne. Ich bin der erste. Ich bin der erste. Länken. Ja. Ja. Ich bin auch nur hängen blicken. Genau das gleiche wie vorher. Ähm. Und jetzt Auto. 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 Oh nein. Ja. 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 Ich hab mich eingeklemmt. Ach so ne Scheiße. Es sind alle ins Ziel gekommen. Nein. Alles umsonst. Ich war fast die ganze Zeit vorne. Wir waren alle die ganze Zeit vorne. Was für ein Rennen. Wie es einfach ein NPC für alle entscheidet. Weil der alle blockt. Beste Aufnahme Session. Wer da voll ist. Wer war dran der Sachse? Ich bin halt der Oberbauer. Das soll es gewesen sein. Trefflinks zu Forming Simulator 17 in der Videobeschreibung. Forming Simulator 18 ab dem 6.6. auch für mobile erhältlich. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.